Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bericht von 123schiffsreisen.com. Heute geht es um die Frage, was kostet eine Reise mit der AIDA in die Karibik? Nun, wenn man diese Frage beantworten möchte, was kostet eine Reise in die Karibik mit der AIDA, dann muss man mehr die Frage stellen, welches Schiff soll es denn sein aus der sehr umfangreichen Flotte der AIDA Cruises? Unter dem unterhalb eingefügten Link gelangen Sie auf diese Seite und hier haben Sie mal ein Beispiel davon, wie Sie dann eben die passende Reise in die Karibik eben mit einem AIDA-Schiff heraussuchen können. Sie gelangen, wenn Sie auf diesen Link klicken, hier auf diese Suchseite und Sie sehen hier, Ihr Fahrgebiet können Sie hier Karibik eingeben, bei der Reederei können Sie ja AIDA Cruises aussuchen. Sie können hier noch wählen, ob Sie Angebote inklusive oder nicht möchten und hier können Sie eben die früheste hin- und späteste Rückreise angeben. Und dann einfach auf Angebote finden klicken und dann werden Ihnen, je nachdem wie schnell Ihr Internet ist, verschiedene Möglichkeiten angeboten. Hier sind es jetzt nun aktuell 18 Kreuzfahrtangebote, die gefunden werden in der angegebenen Zeit. Die Zeit, Sie sehen, 26.08. diesen Jahres oder 2015 bis 21.04.2016. Und hier ist es jetzt natürlich abhängig davon, wie lange Sie denn reisen möchten, ob Sie 14 Tage, 21 Tage und 12 Tage, 18 Tage, 11 Tage. Sie sehen, die Angebote sind hier wirklich sehr, 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 sehr vielfältig und natürlich auch immer die Anreise, die Abfahrtshäfen und Ankunftshäfen. Also hier muss man sich zunächst einmal die Frage stellen, wie lange möchte ich denn unterwegs sein und dann als nächstes möchte ich vielleicht davor noch einen Urlaub anhängen, danach einen Anhängen. Also das wäre dann immer so die Frage, in welchem Hafen komme ich denn an oder wo schiffe ich dann nachher aus. Und die nächste Frage ist natürlich, wie möchte ich anreisen? Sie sehen, hier sind jeweils die Preise auch mit Anreise buchbar angegeben, also sprich mit Flug. Meine Erfahrung ist, dass wenn man separat einen Flug bucht, man meistens günstiger kommt. Insofern ist mein Tipp, suchen Sie separat nach einem Flug, wird meistens günstiger. Wenn Sie sich nicht so sicher sind, lassen Sie es anbieten, Vergleichsangebote kosten ja nichts. Ja, Sie sehen, es ist eigentlich überhaupt nicht schwierig, die passende Reise zu finden. Also wenn Sie dann hier soweit sind und Sie würden jetzt diese Reise sich aussuchen, könnten Sie hier auf das Angebot klicken. Hier werden Ihnen dann die Details einmal zum Schiff angezeigt, zu der Reisroute. Hier können Sie sich die Route anschauen, welche Route es gibt, welche Leistungen inklusive sind. Wichtig sind ja auch immer, ob Trinkgelder dabei sind oder nicht. Sie sehen, hier wird auch angegeben, was nicht enthalten ist. Die Reisebedingungen werden hier aufgelistet. Die Bewertungen, wie gesagt, über das Schiff selbst werden aufgelistet. Der Deckplan und so weiter und natürlich die verschiedenen Termine und Reisepreise zu dieser Zeit. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Suche nach der perfekten Reise in Ihren nächsten Urlaub bzw. in die Karibik, wenn Sie dorthin reisen möchten. Und bis dann, Ihr 123schiffsreisen.com Vielen Dank.